das letzte mal bei was jetzt was von tecken hier und so geht es weiter für leo und bin ja ja damit zurück zur way out los sind versuch's noch mal ja 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 angucken was die brabbeln okay warte mal vielleicht warte ich jetzt ab wenn die noch weiter weg gehen dann junge der guckt aber schon so verdächtig da ja ab geht's los gibt doch mal gas da jetzt kommt da eh wieder welche pass auf ich will das ganze hospital ist heute voll ach du schande ja lauf junge haupt auf geht's war Ja, muss ich dir wie aus der Scheiße helfen. Hey Jugo, du nix machst. Ah. Ui. Dann fahrst du mal um, Jugo. Ach du Scheiße. Klasse geparkt. Ah, es ist hier der Affili jetzt. Boah. Alter. Und jetzt? Boah, was? Lass sie, Junge. Ja. Wie, dann ist es geschafft. Ja, bis zum wieder der Affarkünste. Ah, Junge ey. Du Scheiße. Alter, dieses Spiel, ne? Das ist ja abartig. Das ist geil. Ah. Ah. Kein Freund der großen Höhenbesuch. Ja, das ist korrekt. Das passt jo. Ich glaube, dein Kontakt ist ein bisschen besser. Ja, das ist ein bisschen besser. Ich höre, du bist ein guter Pilot. Oh, ich weiß nicht. Okay. Okay. Ist das Ding fly? Ist es wie ein fucking Bike? Of course es fly. Ja. 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 Oh, Junge, Mexiko. Alter. Alter. Ach. Ich habe es dir. Ich habe es dir dazu platt. Ich habe es nie gesagt. Ich habe ihn nie gesagt. Ich habe es nie gesagt. Ich habe es gar nicht gesagt. Und ich. Sie hat es versucht. Sie haben es versucht. Aber ich habe es nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin nicht gesagt. Ich habe es tun. Bitte, bitte. Ah, ich würde sagen Sie wissen bescheid Boah, das war der Schlacht, ja? Ich würde sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Ich hätte Bock auf den Fallschirm Dann machen wir den Fallschirm Gucken wir, wie das so aussieht Warum macht das nicht? Ach, ich muss ja A drücken Ja, ich habe Fallschirm 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 Ich muss hier ausdrehen Ich muss die Hangartore noch öffnen Ja, machen wir das mal Der Schuhl hose Was ist das? Ich muss noch den Zapfhahn entfernen Ah, hier Ah, perfekt Ja, perfekt Ja, gut Dann können wir los Nach Mexiko Ja, Junge Ja, ich setze Ich setze mich nur schon mal hin Du machst das, ne? Was ein stracker Hund Ne, wo wird er ja alles machen Guck mal, der Arme Der hackert sich ja völlig ab Ah, jetzt sind wir endlich doof, wo es anfing Junge Das muss jeder alles erlebt haben Da fliegen wir Die Hände Ja, neu Die Hände Oh, alles Das ist das Das ist gut Kommt der Schreiber wieder aus hier raus Junge ist ja doch weltberühmt Das ist nur eine Idee Congratulations on the baby I'm really happy Thank you Yeah Alter Jetzt wirds interessant Oh nein Ach nee Boah Juge Du könntest mich in echt niemals dazu bekommen Echt Doch ich würd das auch mal machen Ja das ist ja keine Höheangst Ja nicht so richtig Ja wär schlecht ne Ja komm Scheißduf Ach du Scheiße Juge Scheiße Schubst den einfach runter hier Der lacht da noch hast du gesehen Er hat gelacht Ja Ah Alter wie geil Wo ist da unten zum Landepunkt Boah Juge wie hoch das ist Wie sagt man da fliegt Das ist unglaublich Wo bist du denn Ach da Ja Ah der wusste mal der falsche Ruf war Hä was war Na Juge Hilfe Juge Der hat die Gürtel Der hat die Gürtel aufgemacht man Ich komme ich komme Juge Hilfe Kannst du mir entgegen fliegen mit dem Ich mache ein Versuch Ja Juge Nee oder Oh Juge Oh ne Oh Juge ey Wir müssen ein bisschen mehr beisammen bleiben Dann können wir das besser hinkriegen glaube ich Ja ich mach wohl jetzt nicht zu viel Mach Du kannst ja schon nach unten machen Du bist ja eh Oh Gib das Und dann bin ich halt knapp über dir Und dann kann ich dir direkt helfen Ja ich komme hier schon mal ein bisschen rüber zu dir Ja so passt es Oh Ach Juge Hat er sich einfach abgelehnt Der macht ja einfach die Schnalle auf Ach Du scheiße Der macht ja einfach die Schnalle auf Hä der ohne? Was? Wieso bist du auf einmal so tief? Ich glaube das ist extra so gemacht fürs Spiel Ja jetzt hat Sehr gut Sehr gut Wie hast du dich so dran gelohnt? Ach scheiße Wieder saß ich ab Wie der einfach durchgeflohen ist Junge Junge Einfach da unten Zack Wasser rein Ah Juge Das ist nicht lustig okay Das ist nicht lustig okay Ich denke es ist No? Was? Are you gonna tell me or not? Okay okay I fell down Little young happy I wanna know more Fell down for what? Come on man Fell down for what? I fell down for the fucking tree And broke my arm Stop asking questions That's it? You broke your arm What does it mean that shit? I was 8 years old Tch Ja oder Rieße ich gar nicht mehr Du kommst dir überhaupt an ja ne? Ja Du kannst doch was du hier machst ne? Uh Oh das Spielzeit übernimmt Fahrer kann er nicht Fliege kann er nicht Ach Gott Wann hat die Bocken denn? Hahaha 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 Junge, wie geil Oh, Junge, was ein Fallschirmsprung Leute War wieder ein mega geiler Part Ich hoffe, es hat euch gefallen Mir und Jordan Ich denke, ich kann mit Jordan reden Das ist ein mega geiles Spiel Zeig, gespannt, wie es weitergeht Wir sehen uns auf jeden Fall Wir hören uns in der nächsten Folge von Array Out Bis dann Euer Pax